Hallo, willkommen zu meinem Freizeitkanal. Ich bin Ralf und heute geht es um mein Alltagsauto Reisemobil mit Übernachtungsfunktion. Andere kennen das vielleicht unter dem Wort Minicamper oder Mikrocamper. Für den Ausbau habe ich natürlich vorher ein Konzept erstellt und ich habe natürlich als erstes gesagt, okay, maximal 400 Euro soll das kosten. Und zweitens, es sollte ein mobiler Ausbau sein, dass ich sofort die Sachen ein- und ausbauen kann mit maximal einer Zeit von 30 Minuten, da ich das Fahrzeug auch für andere Sachen benutze und nicht nur als Ausflugsreisemobil mit Übernachtungsfunktion. Drittens, sollte der Ausbau mit vorhandenen Materialien sein, die ich sowieso schon habe, was da alles so rumfliegt, was ich eventuell hier verwenden kann, senkt natürlich extrem den Preis, war bei mir auch so, dann sollte das Fahrzeug nicht groß verändert werden. Das heißt, ich wollte auch keine Sitze ausbauen. Alle Sitze sind noch so weit drinnen, die kann man ja beim Bellingo so ganz flach machen. Die Sitze ausbauen und irgendwo lagern, dann braucht man sie doch wieder, dann sind sie vergammelt, verstaubt, versparkt oder sonst was. Wollte ich alles nicht haben. Ich wollte komplett den Wagen so belassen, wie er ist. Und ich habe nicht den ganzen Ausbau gefilmt. Ich habe den fertigen Ausbau jetzt gefilmt und fotografiert und zeige euch den und die einzelnen Sachen, die ich mir dabei überlegt habe und wie ich das montiert habe. Und ja, wie man einen Kreis sieht oder ein Loch bohrt, das hat jeder schon eine Million Mal gesehen und das braucht man hier echt nicht unbedingt zeigen. Los geht's. Der Grundaufbau besteht aus einer großen MDF-Platte. Die habe ich mir zuschneiden lassen. Das war einer mit der teuersten Teile, die ich hier verwendet habe. Den legt man hinten in dem Bellingo einfach hinten rein und darauf habe ich den kompletten Ausbau montiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Platte gekostet hat, aber MDF-Platte sollte keine Sperrholzplatte sein. Aus dem Grund nicht, weil in MDF die Schrauben eigentlich besser halten als in einer Sperrholzplatte. Sperrholz müsste man dann auch noch dicker nehmen und ich habe das schon gesehen, wenn viel Belastung aus Sperrholz ist, dann reißen teilweise die Schrauben auch raus. Deswegen habe ich eine MDF-Platte genommen. So, dann habe ich hinten im Laderaum vom Bellingo, der hat ja vier kleine Ösen da drin, wo man noch was abspannen kann, wo man ein Zugseil durchziehen kann oder eine Leine oder Spanngurt oder sonst was. Vorher da Löcher reingebohrt, um diese frei zugänglich zu haben. Dann einen Karabiner gleich mit rein gehängt, denn wir haben eine Differenz dann schon in der Höhe und es ist ganz schwer, dann mit größeren Fingern diese kleinen Ösen zu erreichen. Und so mit dem Karabiner kann ich das viel schneller erreichen und kann das dann abspannen. Kann dann noch zwei Spanngurte rechts und links für den Aufbau zur Sicherung rein einführen und den Aufbau dann entsprechend rechts und links mit diesen Spanngurten auch gut absichern. Ja, als Bodenbelag habe ich eine Bodenschutzmatte genommen. Findet man im Baumarkt. Die sind meist so, ich glaube, zwei Quadratmeter groß oder so. Ich weiß jetzt nicht genau. Jedenfalls eine große Bodenschutzmatte. Findet man teilweise auch im Fitnessstudio oder so. Der Bodenbelag sollte für mich unempfindlich sein, gut zu reinigen sein und auch mal irgendwie Stöße wegnehmen können, weil ich auch den kompletten Aufbau, wenn er jetzt so drin ist, natürlich ein paar Steine oder ein paar Platten oder Säcke oder Sandsäcke darauf legen will, ohne dass mir das zerkratzt oder sonst was. Und diese Bodenschutzplatte ist dafür bestens geeignet und kostengünstig als Bodenbelag natürlich auch und dämmt auch noch so ein bisschen Geräuschdämpfung, meine ich, dass sie das auch ganz gut wegsteigt. Ja, der Aufbau innen jetzt zu sehen. Da habe ich noch zwei große Alukissen gehabt. Die standen teilweise nur so rum, da war Müll drinne, habe ich da für den Aufbau oder für meinen Einbau verwendet. Die untere Kiste habe ich an der Seite noch aufgesägt, sodass ich da noch, auch wenn die geschlossen ist, gut rankomme. Ich kann die auch etwas aufmachen, auch mit dem kompletten Ausbau, um da oben noch was reinzustopfen. Dann oben drauf habe ich noch eine zweite Alukiste, die etwas kleiner ist. Da kann ich auch den Deckel komplett aufklappen. Und oben habe ich noch einen Aufsatz mir selber gebaut aus Restholz für 10 Euro aus dem Baumarkt. Das ist allerdings auch Sperrholz, um da noch Plastikkisten, diese kleinen Plastikbehälter oben reinzustellen, habe mir da auch noch eine Holzstange durchgesetzt, dass die vorne nicht wegrutschen. Nach hinten eben einen kleinen Verrutschutz eingebaut, also einen Rahmen drumherum. Dann auf der anderen Seite noch Metalllochplatten angebaut, damit ich da Magnete ankleben kann oder anheften kann, zum Aufhängen von nassen Handtüchern oder sonstigen Kram. Das Ganze ist unten befestigt mit Stockschrauben in der MDF-Platte und mit Flügelmuttern. Die untere Kiste ist darin komplett auf dem Boden befestigt. Diese kann ich dann schnell lösen und den kompletten Aufbau so herausnehmen. Die Kiste oben drauf, die kleinere Alu-Kiste, habe ich auch mit Schrauben befestigt, vom Deckel zum Boden der anderen Kiste, beziehungsweise vom Deckel zum Boden der anderen Kiste. Und diese hält auch sehr fest da drauf. Den Aufbau oben, den Holzaufbau, der ist zum Draufstecken. Da habe ich rundherum kleine Winkel gesetzt, die auf Spannung sitzen. Die können also auch nicht sich ablösen. Das sitzt also fest drauf. Das holpert nicht bei der Fahrt, sitzt sehr fest drauf. Dann für die Kisten, die oben draufstehen, die kleinen Plastikbehälter, habe ich zusätzlich nochmal eine kleine Leine, die ich darüber leben kann, sodass die bei der Fahrt nicht auch noch rumspringen, aber bisher ging das auch ohne. Auch bei etwas unwegsamem Gelände sind die da nicht rausgesprungen und halten so sehr gut fest. Ja, nun das Bett. Das ist eine große Platte, auch Restholz aus dem Baumarkt. Das ist auch eine Sperrholzplatte. Die habe ich so eingepasst, dass die genau in die Länge reinpasst. Ich habe das vorher mit meiner Körperlänge probiert. Und das, diese Berlingo-Version, die ich habe, ist die L1, also die kurze Version. Und ich habe mich da reingelegt und ich bin 1,90 m. Und wenn ich dann den Vordersitz etwas nach vorne lehne, also die Verriegelung auflöse und den etwas nach vorne drücke, habe ich genau den richtigen Liegeplatz. Es passt genau. Vielleicht habe ich noch 1 cm Luft da drin, aber es passt. Die Breite ist natürlich auch so, dass ich da nicht zu breit habe. Ich habe 51 cm Breite, mehr nicht. Das passt aber. Ich habe da drin geschlafen und wenn man ruhig liegt, ich liege im Schlaf ruhig und hampel nicht in der Nacht rum, dann funktioniert das. Entsprechend ist natürlich auch die Auflage der Isomatte, die ich verwendet habe, auch genauso breit. Dafür habe ich das genauso angepasst und die Isomatte auch da genau dafür ausgesucht. Das Bett ist natürlich dann auch mit einer Bodenschutzmatte versehen. Darauf die Isomatte, die dann auch nicht hin und her rutscht, weil die Isomatte von unten rau ist und die Bodenschutzmatte von sich aus ja nicht rutschig ist. Darauf fällt das ganz gut. Gut, ja, das teuerste Einzelteil, was ich mir gekauft habe, war diese Isomatte. Viele benutzen ja einfach so Matratzen dafür. Kam für mich erst in Frage, dann habe ich überlegt, Ralf, diese Matratze kannst du auch wirklich nur hier benutzen. Das ist ja unsinnig. Für mich jedenfalls. Also ich brauche da meistens für Sachen immer eine Doppelfunktion. Deswegen habe ich mir diese Isomatte gekauft. Die hat einen sehr hohen R-Wert. Das heißt, ich kann die auch im Winter, meinetwegen beim Kajakfahren draußen benutzen, beim Wandern draußen benutzen. Die ist natürlich schwerer. Es ist kein Sommerteil. Es ist für Winter geeignet. Und diese Matte kann ich natürlich auch, wenn ich einfach nur das Bett als Sitzbank für hinten benutze, zusammenrollen und an die Seite packen. Die Matratzen kann ich eben nicht so beiseite packen. Die stören mich dann. Die müsste ich dann auf den Haufen packen. Dann habe ich da wieder Platzverlust. Dann habe ich da. Das ist immer alles so zu eng in dem kleinen Auto hier. Und deswegen habe ich dann so die Doppelfunktion Isomatte für andere Sachen zu brauchen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche anderen Sachen fahre, meinetwegen ich hole Steine oder Drei-Sack-Torf oder sonst was, dann habe ich ständig diese normalen Matratzen im Weg. Die muss ich dann wieder wegpacken. So habe ich die Isomatte eigentlich nur für den Schlafgebrauch, mache ich die auf. Natürlich, wenn man jetzt länger unterwegs ist, dann kann man die auch einfach so beiseite stellen. Und man kann sich draufsetzen. Die nimmt ja keinen Schaden dadurch. Aber so ist die Funktion, die mobile Funktion viel besser als so eine Matratze. So, damit ich das alles von innen bedienen kann, musste natürlich auch das Bett eigentlich als Bank bedienbar sein oder nutzbar sein. Sodass ich, obwohl ich sehr lang bin, mit meiner Körpergroße innen noch sitzen kann. Ganz hinten an der Heckklappe kann ich nicht sitzen, das ist etwas zu niedrig, weil der Staukasten von Berlingo darunter hängt oder eingebaut ist. Wenn ich aber vorne weiter sitze, kann ich immer noch gut sitzen. Kann auch meinen Kocher rausholen währenddessen. Kann was kochen, kann am Notebook arbeiten. Ja, alles von innen bedienbar. Und ich muss nicht raus, wenn es regnet, wenn es schneit und wenn es kalt ist. Genau so kann ich auch meine kleine mobile Heizung auf dieses Bett stellen und den Camper kurz aufheizen. Ja, damit ich den Raum unter dem Sitz, dem Beifahrersitz auch noch nutzen kann, von hinten aus, habe ich natürlich das Bett nicht in einer gesamten Platte gebaut, sondern mit einem beweglichen Kopfteil. Hier zu sehen, das Kopfteil kann ich hoch, einmal hoch stellen. Das habe ich mit Klavierband befestigt und habe da mir auch noch ein kleines Fach eingebaut mit einem kleinen Deckel. So kann ich das vorne hochklappen, kann da drunter den Stauraum auch noch nutzen und da was reinstellen und was reinpacken und kann das auch von da aus wieder rausholen. Das ist ganz gut. So eine Art kleines Mini-Geheimfach im Kopfküssen. Dann kann man natürlich wichtige Sachen reinlegen, Geld, Wertpapiere oder sonst was. Wenn man schläft, schläft man genau auf diesen Sachen und man hat ein sicheres Gefühl. Ja, das gesamte Bett kann ich als Platte einfach hochklappen. Und da drunter habe ich drei Holzkisten, die habe ich mir aus dem Baumarkt gekauft. Selber machen wäre viel zu teuer gewesen und hätte ich auch nicht mit dieser Verzahnung, ne, Schwalbenschwanz ist nicht, jedenfalls mit der Verzahnung nicht selber herstellen können. Die habe ich dann gefüllt mit verschiedenen Sachen, die ich nicht ständig brauche. Das heißt, Sachen fürs Auto, Sachen für Camping und Sachen, Seile, Leinen, Karabiner, Werkzeug, alles mögliche kommt da rein, das ich nicht ständig brauche. So muss ich das Bett ja auch nicht permanent aufklappen, aber ich habe immer alles dabei. Und gleichzeitig dienen mir die Kisten natürlich auch in der Höhe als ideales Bett, weil das die Grundplatte des Bettes darauf liegt. Ich kann da drinnen sitzen. Der Abstand zwischen diesen Kisten und der Alukiste ist so weit, dass ich mit Schuhgröße 45 gut meine Schuhe unten auf die Bodenplatte noch platzieren kann und damit kein Problem mit im Fußraum habe. Ja, alte Sachen wieder verwerten sieht man zum Beispiel hier. Das ist eine alte Kofferraumtasche, die habe ich mir zurechtgeschnitten. Ich habe einfach die Taschen abgeschnitten und hinten an die Holzkisten drangeschraubt. Dann habe ich zum Beispiel auch so eine Regenrinne, die ich noch über hatte, unten als Fach für irgendwas mit drangesetzt. Und dann habe ich natürlich die offenen Kanten der Bodenschutzmatte und der MDF-Platte mit einer schwarzen Kunststoffleiste abgeklebt, beziehungsweise auch angeschraubt, und dass sie wirklich fest ist. Und an der Seite, wenn man jetzt die Tür mal eben öffnet und an der Seite auch für den Bereich des Bettes eben eine Kunststoffleiste verwendet, sodass da ein entsprechender Schutz ist, dass die Matte nicht abrribbelt oder das Holz offen liegt. Einfach so als Schutz. Ja, Thema Sichtschutz. Da gibt es eine ganze Menge Angebote, Fertigangebote, die man so einbauen kann. War mir alles zu teuer. Ich habe mir erst mal eine Gardine für den hinteren Bereich eingebaut. Und zwar einfach aus einer ganz leichten Decke hier. Das hier. Ganz leichtes Zeug. Absolut blickdicht, lichtdicht. Und habe mir da oben Druckknöpfe reingesetzt. Dann oben das zusammengedrückt. Und das hier ist einfach eine Bungee-Leine in gelb aus meinem Kajak-Zubehör. Die hatte ich noch da. Und das kann ich einfach so komplett zuziehen. Und nach hinten ist ein optimaler Sichtschutz da. So, wieder auf. Dann der gesamte Bereich. Auch für die Frontscheibe und für die Seitenscheibe vorne Beifahrer und Fahrer. Habe ich mir einen gebrauchten Satz Wohnmobil. So ein Wohnmobil Abdeckungskrams gekauft. Ich weiß nicht. Innenseite ist ja, Innen- und Außenseite ist ja so ein silberiges Zeug. Ich weiß nicht aus welchem Material das alles besteht. Komplett für alle Fenster. Also für jedes Fenster habe ich mir das angefertigt. Und habe mir dann die Saugnöpfe etwas versetzt, dass es für mich passend ist. Der ganze Satz hat für mich 15 Euro gekostet. Super günstig. Weil er das Wohnmobil gewechselt hat und konnte diesen Satz nicht mehr gebrauchen. Und ich hatte erst schon überlegt, solche Folien aus dem Baumarkt zu kaufen. Habe das vorher auch ausprobiert, weil ich sowas hatte. Solche Sichtschutzfolien als Sichtschutz. Solche Thermofolien, die man im Winter einfach auf die Scheibe vorne drauf legt. Die waren mir aber zu labbrig und das hielt auch nicht sehr gut. Und ich glaube auch mit dem Preis wäre ich auch bei diesen Folien aus dem Baumarkt über den Preis gekommen, was mich dieser komplette gebrauchte Satz gekauft hat. Die habe ich mir komplett so recht geschnitten. Dann noch mit 3M Outdoor klebe man in schwarz teilweise abgeklebt. Auch das Silberne abgeklebt, damit das von außen schwarz aussieht. Bei den getöteten Scheiben brauchte ich das nicht machen. Da ist das sowieso dann dunkel. Und habe mir entsprechend die ganzen Saugnäpfe umgesetzt. Das ist für mich passt. Ich habe teilweise auch Saugnäpfe dazu gekauft. Und fertig war der komplette Sichtschutz für alle Fenster. Das Thema Licht. Man hat natürlich hier auch tolle Beleuchtung drin. Hier sind überall Lampen. Hinten ist noch so eine, in diesem Plastikteil ist noch so eine Ambientebeleuchtung. Aber das einzige Kitschige, was ich mir eingebaut habe, war eine kleine Beleuchtung. Und zwar mit Batterie und kleinen Federn. Und die kann ich hier, sieht man vielleicht jetzt, kann ich von vorne an und aus stellen. Komme ich auch mit einem langen Arm von hinten noch dran. Und das ist die einzige Beleuchtung, die ich hier extern eingebaut habe. Ansonsten habe ich natürlich Taschenlampen dabei. Und ich habe mir solch eine kleine USB-Leuchte gekauft. Die kann ich einfach mit einer Powerbank anschließen. Und kann die als Lampe irgendwo auf einer Ablage oben auf die andere Box einfach draufpacken. Und schon habe ich Licht da drin. Ich muss es ja nicht taghell hier drin haben, sondern so ein bisschen Orientierungslicht. Und das passt so ganz gut. Zusätzlich habe ich auch noch gekauft. Die sind aber wirklich nicht so gut. Diese kleinen Leuchten, die man per Magnet irgendwo ansetzen kann, die halten aber nicht so lange. Und nur kurzes Ein- und Ausschalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Minuten. Dann ist das okay mit diesen Dingern. Aber lange halten die nicht. Deswegen ist sowas hier mit einer Powerbank per USB angeschlossen natürlich viel besser. Ja, was nicht unbedingt direkt zum Ausbau gehört, aber mit dazu. Und ich habe es nie bereut, die gekauft zu haben, sind diese Windabweiser. Für Fahrer- und Beifahrerseite und für die hinteren beiden Seitenscheiben. Das habe ich nie bereut. Die sind nicht ganz günstig, aber haben wirklich schon viele Male sich bewährt. Und ich finde es einfach klasse. Im Regen kann man das Fenster ein bisschen aufmachen. Auch während der Fahrt ist es keine Zugluft da. Einfach perfekt, diese Teile. Nur als Tipp, solche Windabweiser sind echt Gold wert. Ja, das Thema Schwerlastauszüge hatte ich auch erst anversiert. Aber ich habe zu viele Nachteile für mich herausgefunden, warum das unnütz ist und nicht sinnvoll ist, sowas einzubauen. Punkt 1 ist, die Dinger sind nicht ganz günstig. Punkt 2 ist, ich hätte ja zwar per Schwerlastauszug schöne Schubladen rausziehen können, aber ich hätte mir dann auch noch entsprechend einen Aufbau machen müssen aus Holz. So habe ich die beiden großen Alukisten verwendet und auf der anderen Seite natürlich das Bett zum Aufklappen. Dann, wenn es regnet, ich habe zwar eine große Heckklappe, aber mal eben ausziehen und es regnet schön, keine gute Funktion. Weil ich wollte natürlich auch das Auto so haben, dass ich innen alles bedienen kann, auch bei schlechtem Wetter. Wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es schneit, wenn es kalt ist, muss man das Ding hinten aufmachen, um mal was rauszuziehen. Ich habe viele gesehen, wo eigentlich nur Sommerbilder waren, wo Schwerlastauszüge rausgezogen werden. Man sitzt sich schön dran, kocht was und hat Geschirr da. Ja, im Winter, im Regen, im Herbst für mich nicht vorstellbar und für mich unnütz solch ein Schwerlastauszug. Macht toll sein, aber ich hatte für mich ein anderes Konzept erstellt. Das heißt, dass ich alles, was ich benutzen kann, auch so innen benutzen kann, ohne irgendwas groß auszuziehen. Ja, das war schon der Aufbau meines Alltagsreisemobils mit Übernachtungsfunktion. Und wie gesagt, für mich war klar, dass ich auch nicht so ein Teil haben wollte, so mit, das muss ich echt mal sagen, dieses Sweet Home Schilder und tausend Gewürzregale da drin und das, ich brauche ja das Auto. Also ich habe nichts gegen diese Ausbauten, wirklich nicht. Ich finde die schick, ich finde die teilweise auch schön und wohne ich, aber ich brauche dieses Auto, wenn ich unterwegs bin, meistens nur zum Schlafen und wenn es draußen sehr viel regnet, muss ich innen irgendwas machen können. Ich muss auch von innen irgendwas kochen können, Kaffee oder eine Suppe oder sonst was. Ich bin ja hier nicht der drei Sterne Koch im Auto, dafür brauche ich das alles nicht. Meistens eigentlich nur zum Schlafen, wenn ich die Augen zu habe, sehe ich, dass sowieso nicht wie der ganze Ausbau ist. Dann will ich einfach meine Ruhe haben und pennen, so Ende. Und zusätzlich natürlich die Funktion, dass ich alles schnell rausbauen kann, alles schnell reinbauen kann und auch mit dem Ausbau trotzdem auch noch zum Baumarkt fahren kann und mir ein paar Sachen reinpacken kann, ohne dass irgendwas groß verdreckt wird, verschmutzt wird und dass ich das auch wieder leicht reinigen kann. Das waren für mich auch, wie gesagt, Prioritäten für diesen Ausbau dieses Mobils hier. Und wer dazu Fragen hat, gerne unten in die Kommentarbox noch reinschreiben. Und wie gesagt, der Ausbau hat ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, meine ich irgendwas bei 380 Euro hat gekostet. Mehr hat mich das gekostet und der größte Teil dabei war diese Isomatte, die ich mir neu gekauft habe. Ich habe eine alte gehabt, aber die war nicht mehr funktional. Ja, das war es auch schon mal am Freizeitkanal. Bis dahin, bis zu den nächsten Videos. Tschüss!